Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einem neuen Video von mir. Und zwar wird dieses Video jetzt mal wieder ein kleines Hairstyling Tutorial Video sein. Ich hatte einige Anfragen von euch Usern, dass ich doch mal wieder ein neues Video machen soll, weil ich ja jetzt vor gut ein oder zwei Wochen beim Friseur war und ein Undercut mir haben machen lassen auf beiden Seiten diesmal. Seht ihr jetzt gerade nicht, weil ich so eine Mütze aufhabe, aber ich würde sagen, ich nehme euch jetzt mit ins Badezimmer. Ähm, nach da hinten, dürft ihr ja vielleicht schon kennen. Und ja, schaut einfach zu, wie ich mir die Haare... Schaut einfach zu, wie ich mir die Haare style. Es geht diesmal echt ganz einfach. Ich wachte mir kurz durch, dann nehme ich noch zwei Produkte, die ich euch dann auch nochmal einblenden bzw. beschreiben werde. Und zwar wird das sein, ein Wachs und zum Fixieren einfach nur ein Haarlack bzw. Haarspray. Echt total Sippe, aber es kommt bei diesem Styling vor allem auf die Föntechnik an und die zeige ich euch. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Sag einfach mal bis später. Vielleicht melde ich mich dann nochmal. Und viel Spaß. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017